hab schon seit ewig keiten pixel ich habe noch nie eins gehabt ja ja so ein google pixel genau eine google pixel aber gut ich mache mit meinem gerät sowieso nicht sehr viel dass die wichtigsten sachen sind wecker und zweiter faktor und authentifizierung ja das sind auch so meine sachen messenger brauche ich eigentlich nur zumindest zum aktivieren auf dem handy für die dinger die halten tatsächlich die phone number brauchen alle anderen so bild ich mache eine sparte darüber also das ist für mich zweiter faktor in dem fall eins zwei drei und vier du machst da klamotten sehr fein so also fehlen für alle nur noch handschuhe und schuhe oh fein fein ich bin aber auch mal pen ich wünsche euch einen angenehmen abend danke wünsche ich dir auch und danke dass ihr reingeschaut habt xiaomi realme oneplus nothing alles besser preis leistung weniger blut mehr äh oneplus hat sich selber ins ausgeschossen xiaomi weiß ich nicht xiaomi realme sagt mir nix ähm ja oneplus hat nämlich einen richtig beschissenen software support und ich selber kann zwar nicht aus erfahrungen sprechen aber ein kumpel von mir und der hat eigentlich gefeiert und fand es danach scheiße weil also alles war gut außer der software support also und wann auch mal updates gekommen sind und so das hat alles ewig gedauert das war scheiße muss man so mal ja ja und xiaomi keine ahnung ist halt auch china da muss ich auch nicht wechseln mhm 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 also also nicht und software support äh bei einem handy es ist doch ein hardwaregerät haha haha nee aber samsung hat einen sehr guten software support muss man leider zugeben also mein a40 hat immer noch updates bekommen zu dem relativ aktuellen android ähm da kann man halt einfach nicht meckern das ist halt das problem das das gut ist meister so und ja und du hast immer irgendwelche probleme und irgendwelche haken irgendwo bei den meisten herstellern ja gerade bei smartphone herstellen oder generell elektrische geräte hersteller ist das so ne sache ja wir haben ein rezept mehr ja ich meine ich verstehe natürlich den punkt wenn einige sagen hey ich kauf mir das dann nicht mehr und dann ist es auch fein so das verstehe ich ja aber manchmal hat man halt auch nicht unbedingt die wahl das stimmt ich kaufe jetzt halt schnell ein smartphone was nicht 5000 euro kostet sondern ich habe mir jetzt sogar ein refurbished also was heißt refurbished das ist halt ein Telefon was halt nicht mehr als neu verkauft werden kann weil es halt verkauft wurde vorher und das habe ich für knapp über 100 bekommen also das neue kurze das um die drei das ist doch ok eben so wir können könnten theoretisch jetzt auch noch ein paar mehr sachen lernen aber dann wäre der set bonus hier wieder raus also wir haben schon die hosen und die handschuhe große aber haben wir nicht ja zum lernen so zum lernen also die ich bin heute voll konzentriert ich kann es jetzt beenden wenn wir nicht erst mal also wenn wir erst die rüstung haben erst mal die schwerter und so erst mal die rüstung die ist ja auch schon so gut wie fertig ich gebe zu ich habe mir auch die schwerter und so die brauchen nur kupfer und bretter die alle sind unabhängig voneinander ich habe mir auch zugegebenerweise schon sperr gegönnt weil es dann einfach als ist zum zeug sammeln ich so zack ja hast du gesagt ja ich habe mir den ich habe mir den ja gut ich hatte zwei dann kann ich den anderen jetzt einfach ein tun ja also ich dachte du meintest den hätte der rum da gehen ich hatte zwar nicht zwei gefunden deswegen hatte ich einen in die kiste einbehalten um sie zu geben aber du den anderen gefunden hast du einfach den anderen wie in die kiste ja 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 das ist auch hier gesprungen aber es ist nicht der die du gefunden hast ja ist ok doch ich habe beide gefunden ok na dann kurz was sie mich beschwert hat dass ich keinen crossbogen finden habe bin ich mit drei beschmissen worden das immer so einfach wäre hm ich kriege nie Geld mhm genau das hast du mal Q gedrückt mit dem neuen Bär nein ich kann doch kein Bär hä Speer ach Speer es kam nur Bär rüber ich habe auch noch Bär genannt ja äh der alte konnte das auch das ist die äh ja Abkupfer haben die eine zweite Fähigkeit aber ehrlicherweise gut dass du mich daran erinnerst ich habe noch nie ich hatte nie ein Speer vorher mehr hatte ich ja nie jo ich habe ehrlicherweise auch selten mit Speer gearbeitet ich auch gar nicht weil es den halt immer anpacken kam und dann hatte man halt schon Sensor und so ein Kram und dann kam ich halt nie rein und nicht mehr jo so ungefähr ging es mir auch jetzt hau doch ab du Kackspinner hallo wie redest du mit deiner Mutter gar nicht gar nicht und höchliches Spinnengetier das war erfolgreich kleines Lager vier rauer Faden dann wollen wir noch mal ein bisschen durch die Gegend vielleicht finden wir ja noch was interessantes noch mal drei rau fünf neue Faden sehr schön äh versuch mal Bluthosen mitzufahren äh irgendwo die in 30 pro naja naja wir brauchen 30 pro ja bringt also bringt einfach welche mit dass wir dann ok ich schreibs auf die Einkaufsliste sehr gut achja und dann noch äh jaaa du kriegst deine blaue Milch nicht erlauben nicht nicht auch die braunen Milch einfach stehen lassen ja stimmt einfach stehen lassen dann wird sie schon braun die braunen Milcherkuh 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 ach du willst ne Schokomilch das ist ne Mischung aber die Mütung klappt na schon willst du wieder äh versuchen was zu erzählen was ja gar nicht so ist äh nein gut der wär so klug ne mhm K 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 Jetzt wird's doch noch Tag und ich werde hungrig das ist ja doof beides kommt Snacky 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 ich bin überhaupt schlimmer ja oh Stacky Snacky 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 mhm mhm das Leben ist nicht gerecht absolut nicht vor Zeit ja jeden Tag ich mein gut es hätte auch ne Ratte sein können was was nein es hätte auch ne Ratte sein können die ich esse geht's Kodes essen nein er will deutlich Kodes die Ratte essen das hab ich auch so verstanden aber ich kenne Grunis die Ratte nicht einmal wer ist das oh Gott schon wieder hell Kasse hm 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 hä Machen sie denn ein Production Geräusch machen sie einfach stones Geräusch endlich курir ich kann hinter die Welt gucken ja ich auch ist lustig oder ich hab zuerst gedacht ich bin auch hinter der Welt Das wäre nicht das erste Mal. Ich erinnere an ein gewisses Spiel, wo ich zigmal durch den Boden gefallen bin. Das war lustig. Also die ersten 20 Mal. Quatsch, nein! Au, was ist die fucking Pflanze hier? Ich wollte gerade fragen, bist du jetzt durchgefallen? Böse Pflanze, nein, bin ich nicht. Schimpf mit der Böse. Ich hätte nicht, dass ich mich gewundert hätte, aber nein, bin ich nicht. Gib mir Pflanzennamen. Ohne Dentron. Böse Pflanzen haben. Butterblümchen. Brennnessel. Böses Butterblümchen. Böses Butterblümchen. Mein Vorrat an Rat möchte ich gerne behalten. Können wir eigentlich schon einmal wegbauen? Nein. Schade. Wir haben nämlich so ewig viele Werkzeuge, die wir nicht mehr brauchen. Hm. Hm. Dann sind jetzt mal ein Typ. Ich meine, man kann es immer noch Kindern geben, aber so viele Kinder werden wir nicht brauchen. Jo. Ich habe nur geschaut, ob uns noch irgendetwas fehlen würde, was das ganze vielleicht beschleunigt, aber nein. Brauerfaden werden wir vielleicht noch brauchen. Für die Angelroute brauchen wir es auf jeden Fall. Und dann für die gnadenlosen Varianten. Wollen wir auch nochmal rauer fahren? Ja. Das heißt, heute Nacht wieder rauen. Faden sammeln. Und Gupfer. Ja, das ist ja ein bisschen matt. So, zwei Paar Schuhe fähren noch. Ach. Das sollte mit den Fäden reichen, aber... Leer ab ist weiter. Ja. Ja. Will sich denn jemand von euch als erstes einkleiden, oder? Bei dir. Mach das. Guck mal, ich habe auch schon an. Okay. Es ist eh für alle. Reicht für alle. Ich weiß, aber... Ich wollte halt nicht unhöflich sein und einfach Zeug nehmen. Ihr könnt übrigens auch einen Rosenring noch bauen. Einer kann. Das wird aus dem Knochenring gebaut. Deswegen habe ich da noch nichts gemacht. Also einmal sollte möglich sein. Mhm. Jetzt hast du das Leder aus den Dings rausgenommen, oder? Den Rosenring über das ist nicht jemand anders. Nee, ich habe kein Leder rausgenommen. Es wurde was gecrofft. Und einmal Schuhe brauche ich gerade. Also zweimal Leder noch für Schuhe, dann kannst du machen, was du möchtest. Oder was hast du vor? Ja, wir könnten alle unsere Sachen machen. Nö. Du nicht. Guck mal rechts in die Fuhr. Ja, in die Fuhr. Da, wo ich tanze. Also rechts ist da, wo der Dom links ist. Direkt daneben ist noch eine Kiste. Die habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe die auch nicht gesehen. Okay. Ach, das einmal klammert auf jeden drin. Ich habe sie eigentlich auch nur gefunden, weil der Otter sie nicht gefunden hatte und gesagt hat, ach, da ist noch eine Kiste. Und ich dachte, dann ist da noch eine Kiste. Irgendwie muss sie ja noch sein. Ich habe sie entführt und umgezogen. Ja. Ich wollte eine Kiste haben. Für diese Sachen. Was ja auch vollkommen korrekt ist und sinnvoll ist. Ja. Weil der Kram mit der Workbench nicht funktioniert. Das kann sich hier eigentlich werden. Die Workbench nicht funktioniert. So. So. Also. Hey, ich will jetztと... Untertitelung des ZDF, 2020